Mein Name ist Thomas Sampel, ich bin Geschäftsführer der Hobenköck, der Markthalle mit angeschlossenem Restaurant und Catering im Hamburger Oberhafen. Mein Beitrag zu Hamburg ist, dass wir diese wundervolle Markthalle hier im Oberhafen gegründet haben. In der Hobenköck Markthalle gibt es von über 200 Produzenten aus der kompletten Metropolregion, wo wir den größten Teil selbst beziehen. Und es ist nicht nur eine Markthalle, sondern es ist gleichzeitig auch ein Restaurant und wir haben auch noch einen kleinen Catering-Service, mit dem wir versuchen, fast ausschließlich regionale Produkte aus der Region zu verarbeiten. Besonders an Hamburg gefällt mir unsere kleine HafenCity und das Schöne ist, dass dieses kleine Dorf ist alles noch sehr klein gehalten. Wir haben von allem nur eins, eine Post, einen Bäcker und auch nur eine wundervolle Markthalle, wo man alle Menschen, die hier wohnen, ständig wieder trifft. Ich gestalte Hamburg Bund und wir machen das alle zusammen. Wir machen das alle zusammen. Wir machen das alle zusammen. Wir machen das alle zusammen.